so jetzt der Taschenappel seh ich wenigstens, ne? wie ich getötet werde, seh ich jetzt, ja? so, meine lieben Damen und Herren willkommen zu Let's Kill The Fucking Bugs verdammt, Cliff Milben schade, dass sie kein Scharfschützengewehr haben oh fuck, da oben sind's ja das sind so die ziemlich behinderten Gegner Moment mal, Leute, äh, ich möchte mal irgendwas, äh, ja, testen, gucken, äh, sehen, wissen, tun, was auch immer denn es gibt eigentlich letztlich hier am Anfang, wenn ein Schiff landet ein Scharfschützengewehr zu holen und das ist doch verdammt wertvoll für mich aber ich frag mich, warum das Schiff denn nicht hier ist das ist doch scheiße, man scheiße das haben wir jetzt echt kein Scharfschützengewehr, die ganzen Viecher abzuknallen ich weiß nicht, wie kacke das ist oh Gott, egal, okay, sorry Leute für den kleinen Umweg jahre, die Kaffee gelir ich gehe schon ich gehe ja schon und diese Mission ist so schrecklich wie oft ich hier verrecken werde aber okay los geht's Kniff, Cliff Milben heißen diese netten Viecher ja das mit den Netten nämlich zurück da ist einer okay das Problem ist hier echt überall rauskommen durch alle Löcher da ist doch eine boah was war das denn jetzt ich hätte schon wieder abgeschossen oder was da kleiner Hänger alles klar speichern wir nochmal ja sorry Leute ich weiß ich stelle mich grad ein bisschen doof an aber alles klar egal ich hoffe das ist gespeichert Moment mal ich kann ja mal eben nachgucken feld mal drauf wo ist denn Klicksafe schnell speichern ist auf F5 dann kann ich doch einfach jetzt ja jetzt schnell speichern ja so ist doch gut das ist doch gut hier ist hier ist Hauser vereilung Marauder Hauser woher kennen sie diese Frequenz das geht sie nichts an Commander holen sie mich einfach von diesen Felsen ja jetzt kommen wir zu schön sie zu sehen Marauder würden sie sich jetzt bitte um diese Bugs kümmern ach und Vorsicht vor dem Plasma Bug ich glaube er hat was gegen mich man muss versuchen so bei der Schrot so viele mögliche in einer Reihe zu bringen wie es nur geht oh godness alter das kann ja lustig werden übrigens Leute das was ihr da hört das äh das sind die Viecher da und die Viecher sind lustig das ist ja da konnte gleich noch zu boah gut dass die Viecher mich schon direkt angreifen ah fuck weg lauf 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 muss man Schild aufladen die Pick dich Also Plasma-Dinger sollten einen nicht unbedingt erwischen, sonst ist man relativ schnell futsch. Ja, super, dass das Ding mich vor dem Hörer erwischt hat anscheinend, weiß ich nicht. Ich glaube auch. Wie soll ich das deiner Meinung nach denn jetzt anstellen, wenn ich fangen darf, hä? Schnell speichern. Toll. Super. Ja, Leute, konnte ich vergessen, schnell laden würde. Da runterfallen sollte ich dann doch nicht. Ist das nur ein Plasma-Bug oder sind das zwei? Ich meine, mich eigentlich an zwei zu erinnern. Okay, also Leute, der... Wow. Der Kopf ist verwundbar. Was immer noch viel verwundbarer ist, ist es, wenn er schießt. Verdammte Hacke. Jetzt. Wow. Fuck. Das kann ja was werden, Leute. Ich habe mich keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Fuck. Oh, man. Das ist doch ein ehrenlendes Drecksvieh. Nein, nicht drunter fallen, nicht drunter fallen. Oh, man. Das ist doch scheiße. Ich hasse, ich hasse dieses Vieh. Oh, eigentlich, wo ist das denn jetzt? Weil das zieht zum Glück kaum was ab. Aber entweder Kopf oder halt dahinten, wenn er das Ding öffnet. Was noch selbst? Schießt du mit dem? Ja, er schießt mit dem Ding. Fuck. 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 Fuck.